Banken sind schon immer da gewesen und werden auch immer da bleiben, aber es müssen neue Wege entstehen und da würde ich auch gerne ein Teil davon sein. Ich bin Lukas. Mein Name ist Sarah. Mein Name ist Annika. Ich bin Katja. Ich bin Max und mache eine Ausbildung bei den Volksbanken Ralf-Eisenbanken. Die Welt verändert sich sehr und wir möchten mitgehen mit der Zeit und das ist gerade ein super spannendes Thema bei den Volksbanken Ralf-Eisenbanken. Das Angebot von Banken wird im Online-Betrieb stark zunehmen. Eine sehr große Veränderung, die auch jetzt gerade schon passiert, ist natürlich Digitalisierung. Sei es jetzt im Kundengeschäft, direkt im Online-Banking oder auch intern, dass einfach viele interne Prozesse digitalisiert werden. Ich finde, Banken dürfen keine Angst haben vor der Zukunft, denn Wandel passiert heutzutage immer schneller und es gibt so viel. Das sieht man bei der Technik, aber auch eben im Bankwesen. Wenn jetzt auf einmal gesagt wird, okay, wir stellen unser System komplett um, dann ist es für die heutigen Azubis natürlich wichtig, flexibel zu sein, selbstbewusst zu sein. Man sieht der Zukunft entgegen, man wendet sich nicht ab. Es wird geschaut, was können wir machen, was können wir ändern, wie gehen wir mit der Zeit. Wir brauchen einfach Leute, die Lust haben, was zu verändern, die Bock haben auf was Neues und sich nicht vor der Zukunft scheuen. Wenn ich mehr über die Ausbildung erfahren möchte, dann ist einmal die Möglichkeit vr.de.next. Da gibt es allgemeine Informationen, Infos zur Bewerbung selber und auch eine Stellenbörse, wo ihr euch informieren könnt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017